Hey, meine Rabauken, leider ist rausgekommen, dass bei Tesla nie irgendwelche Autos gekauft wurden, obwohl wir das ja immer gesagt haben. Deswegen mussten wir ins Gefängnis. Mit dabei ist Knastin Sassenhorst, Melinski. Moinski! Tesla hat uns persönlich ins Gefängnis geschickt, Elina. Nur wenn wir es schaffen, auszubrechen, kriegen wir endlich unsere Teslas. Oh yeah! Let's go! Hier haben wir also das Prison. Okay, hier ist eine Leiter. Da ist eine Kiste. Warte, was ist da drin? Fackel. Eine Fackel? Ja. Ich sehe jetzt erstmal nicht, was man da hat. Können wir damit da schmelzen? Hier sind diese Leuchtdinger, aber da kann man sich nicht ranhängen. Also was mir spontan einfallen würde, wäre zu leiten. Ich habe das Rätsel einfach gelöst. Du hast mit der Fackel Wasser gemacht. Aber warte mal. Hier ist was drunter. Nee, aber warte mal. Ich habe noch eine andere Idee, nämlich. Was denn? Ja, warte mal. Wartest du? Genug gewartet. Warte, ich warte mal. Wir nehmen die Leiter. Hab sie. Mit der Leiter können wir jetzt nämlich Wasser kannst du nur noch... Ah, warte, hier ist was. Hier ist ein Trichter mit Sticks. Hier ist ein Eisen. Oh, es fällt runter. Eine Bergbank und noch was anderes. Ich habe Eisen gefunden. Ah, Eisen, zwei Rahmen und Eisen. Gefunden, das habe ich da abgebaut. Oh, das hast du gefunden. Ich habe das alleine gefunden. Ohne deine Hilfe. Geht es hier irgendwo weiter? In dem Trichter. Ah ja, hier geht es weiter. Da. Aber wartet mal. Ich will eigentlich noch was anderes probieren. Man kommt mit der Leiter nämlich da auch oben drauf, denke ich. Oder? Alles mitnehmen, wichtig. Irgendwie so hier. Diesen. Ach, das war wieder mal klar, dass ich da verkacke. Haps. Okay, jetzt bin ich hier oben. Jetzt kann ich nämlich die Kiste abbauen und die Redstone-Fackel. Oh, ja. Und hier ist ein Label. Hier geht es auch weiter. Aber ich habe nichts Falltürmäßiges, was ich machen könnte, um da runter zu kommen. Also gehe ich erst mal zu dir jetzt, Redina. Ich habe ja eine Leiter. Wir können eh überall hinmoven, so gesehen. Ja, hier brauchen wir sie auch, glaube ich, direkt. Ja, nee, Dina. Weiß ich nicht. Habe ich gemacht. Eichenstamm und Eichenholzbretter. Machst du das schon, Redina? Da. Ich schmeiße dir zu. Aber du musst sie mitbringen, das ist wichtig. Hier geht es auch lang, aber da kommt man auch nicht durch. Ich kann ja erst mal hier das hier platzieren. Ups. Das hier platzieren, das können wir gleich wieder abbauen. Okay, da geht es auch. Was hast du da rausbekommen? Eichenholzbrett und Eichenholzstamm. Brett und ein Stamm. Falltür. Ach, ich habe sie leider nicht. Das brauchen wir vielleicht für später. Ich würde jetzt erst mal eine Falltür machen. Du kommst ja hier nur durch mit Brot, maybe. Das ist ja auch noch okay, aber... Na gut, ein Brot hat er, den Futter kannst du mal mitnehmen. Na gut, aber eine Falltür so gesehen, ja. Durch da, Elina. Jupp. Das habe ich vermutet, dass es nicht geht. Geht denn das nicht? Ist das mal... Alter! Ja! Schwimm durch! So ein Ding, Elina, ich bin... Mein Schein. Elina, nein, 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 zurück. Du musst die Werkbank und Kiste mitnehmen und alles. Ach, Mann. Sorry. Faden, Sticks. Eisen. Brauchen wir auf jeden Fall Sand. Eisen, weiteres Eisen. Und zwar habe ich Sand. Was braucht man Sand? Wie soll ich denn die Werkbank eigentlich überhaupt mitnehmen? Ja, da musst du mal kreativ sein. So. Die Kiste brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Ja, ohne Eisen, ja. Doch, als Brennstoffe, I, U, A. Ja, aber vielleicht nicht, kann sein, ja. Wir brauchen jetzt Stein, mindestens mal eine Eisenspitzhacke oder eine Steinspitzhacke. Du hast doch drei Eisen, ne? Ich habe eine Eisen, Ben. Eins! Ja! Wie kommen wir denn? Haben wir Steine? Ne, haben wir auch nicht, ne? Aha! Geht nicht! Nein, die Kiste geht nicht auf. Abbauen, egal. Ja, stimmt. Schlau. Schlau gedacht. Hä? Da war auf jeden Fall was drin, Schwarzpulver. Weitere Kiste. Da war ein Knopf drin, glaube ich. Kann platziert werden, überall. Okay. Gibt keine Regeln hier. Äh, ich komme nicht rein. Ja, dasselbe machen wir jetzt hier. Gleich in grün, Edina. Rein da. Ich habe auf jeden Fall schon mal Holzkohle. Das wird ja sicher zum Braten gebraucht. Gucken wir mal. Mhm, dann brauchen wir eigentlich noch... Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Hier komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Wollen wir das alles mal wieder abhieren? Ich würde einfach mal den Ofen abbauen, weil wer weiß, weil... Ach nee, warte. Doch, die kann man per Hand abbauen, ne? Kann man den Ofen per Hand abbauen? Weiß ich gerade gar nicht. Ja, weil sie ist sonst nichts in dir. Bei Eisen können wir auf jeden Fall nicht abbauen. Und wir haben auch weder Stein noch Eisen, noch Gold oder irgendeine andere Käsebrühe. Ich will hier dieses Eisen abbauen, weil ich habe das Gefühl, es ist dahinter, was ist. Kannst du da haben, Edina. Warte! Hm? Beim Fehlcall hättest du nicht warten dürfen. Nein, Ben, ich habe nicht gewartet. Du bist einfach nur dazwischen gelatscht. Du hast gewartet. Ja. Ja, dann hilf mir doch jetzt auch. Mach ich doch, ich stehe doch neben dir. Du gibst dir aber nicht genug Mühe, ich merke das. Doch, ich habe schon wunde Hände. Das war so ein schlechter Collin, wenn wir jetzt, wenn das eine Eisen uns jetzt fehlt, ey. Dann bin ich so gebroket, ey. Ach, das ist wenn hier runter was ist. Ja, 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 ja. Ja, warte mal. Ja, lass doch mal. Das muss ja hier eigentlich sein. Das muss ja einer von diesen Batzen hier sein. Hier ist es auf jeden Fall nüchstig. Das ist einfach ein Bedrock-Tunnel, der drei Blöcke lang ist. Da kannst du auch nicht viel verstecken. Das muss ja auf der anderen Seite sein. Das ist aber auch so tricky. Können wir irgendwas mit Schienen machen, Edina? Ja, was ist mit Schienen? Mit Schienen? Mit Schienen? Mit Schienen? Ich habe ja auch einen Knopf. Oh, eins, zwei, vier. Ja, safe mussten wir ja Minecraft machen. Das macht ja komplett Sinn. Aber dafür reicht ja sechs. Warum sind sieben Eisen gewesen? Vielleicht Karenz, falls das was abbauen. Oder acht. Ja, aber woher sollen wir denn? Wir können das ja nicht abbauen, Edina. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Und wozu ist der Sand? TNT! Wir haben kein Schwarzpulver. Natürlich! Wo? In der Kiste. Hallo! Werkbank platzieren bitte, Edina. Schnell, Skalpel. Ja, das reicht genau für ein TNT. Das ist ja kein Zufall. Aber meinst du Eisen sprengen? Aber wir haben doch nichts. Ach so, doch. Button. Button. Sprengen. Ja, aber es macht ja reichen. Ja, aber du sprengst doch. Das klappt ja niemals. Was sprengen wir damit, Edina? Was können wir damit sprengen? Soll ich das jetzt einfach auf dumm da hinten platzieren, Edina? Ich weiß nicht, was wir dann sonst machen sollen. Hast du gesagt? Bei dem Eisen? Ja, hier hinten. Da kann man nicht hingucken. Da geht es aber weiter. Ja, dann mach. Scheiße. Was hast du gemacht? Das hat nichts gemacht, Edina. Doch, 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 doch. Hier ist was aufgegangen. Hier ist was aufgegangen. Oh Gott. Hinter dem Ofen. Doch, hier ist was aufgegangen. So kacke, dass wir hier ein Boot gemacht haben, ehrlich. Nie da Dings waren so in der Falltür. So, ich habe eine Lore. Da oben. Hier ist ein Bananer noch. Haben wir unsere Leiter noch? Ja, haben wir. Guckst du die Lade mal, dass man da hochkommt? Na, warte, warte, warte. Warte. Den Ofen können wir nicht abbauen. Ich habe eine Kiste. Hier. Zack. So, was gibt es hier oben? Hier geht noch eine Treppe hoch. Ich habe einen Eisenklumpen bekommen. Hier sind Druckplatten zwei. Was hast du? Das sind Gewichtsplatten. Ich habe auch einen Eisenklumpen. Warte, ich kann da einfach einen sinnlosen Rahmen draufklatschen, bestimmt. Ich habe auch noch vier Rahmen. Ich versuche mal, deins draufzuschmeißen. Ja. Ja, beide auf. Okay. Ich sehe nicht, was hier passiert ist. Jetzt habe ich es eigentlich aufgesammt. Ja, weiß ich nicht. Okay, warte mal. Haben wir. Hier ist aber eine Falltür aufgelöst. Das habe ich gehört. Nee, nee, ja. Die ist aber direkt da drüber. Kriegt uns jetzt nicht so viel erst mal. Äh. Wir haben zwei Eisenklumpen, ne? Wir haben eine Lore. Ich habe zwei. Eine Lore und einen weiteren Ofen. Was sollen wir mit einer Lore machen können? Wir haben Schienen und eine Lore. Aber war hier nicht so ein Schienensystem? Ja, aber da habe ich das ja abgebaut. Nee, aber da weiß ich nicht. Da habe ich eh alles gesprengt jetzt, oder? Äh. Schiene Lore. Vielleicht oben beim ersten Haus. Zu der Lava, meinst du? Ja. Das würde dann gehen. Ja, safe. Und jetzt mit Lore da oben in die Lava, sagst du. Haben wir die Leiter? Ja, habe sie mitgebracht. Einer ist ja hier vorausschauend. Keiner? Haha, Schwung nicht geschafft. Ja. Roll ich durch gerade? Nee, du... Doch, hat eins da geklappt. Ja, süß so. Hallo. So, jetzt sind wir hier in diesem Raum endlich. Was uns das jetzt gebracht hat, kann ich dir auch nicht... Also, ich vermute mal, da ist so eine Kiste drunter oder so. Weiß ich jetzt nicht, Elida. Hast du was gefunden? Nein. Haben wir ein Ei... Können wir die... Na, wir könnten jetzt Blöcke da drin platzieren. Warte, Maschinen sind doch gut geeignet, ne? Die verbrennen aber trotzdem. Nein, Schienen verbrennen doch nicht. Sicher? Nee, aber wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, ich ne? Da ist nix. Nee, irgendwie nicht. Nicht so aus. Hier ist was. Oha. Was ist das? Was machen wir da hin? Hier. Das ist ein Stein. Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben... Können wir eine Holzspitzhacke machen? Hast du drei Holz? Ich hab... Ich hab... Wo ist das eigentlich unsere Werkbank? Hast du die Werkbank? Nee, die Werkbank ist ja da hinne. Wo? Na, in diesem TNT-Raum. Scheiße. Die brauchen wir irgendwann noch, Elina Safe. Okay, dann brauch ich das jetzt einfach mit der Hand. Das wird schon passen. Aha. Ich hab... Ich komm da nicht mehr hoch, ne? Doch, ich hab noch einen Ofen. Ah, gut. Aber den können wir nicht mehr abbauen. Kann ich nicht platzieren. Ähm... Warte mal. Du kannst dich doch... Warte mal, Elina. So... Weiß ich nicht. Elina. Elina, hallo. Ich dachte, ich soll... Lass die da stehen. Nein, du sollst die Leiter abbauen und dich dann hier hochglitschen mit der Lore. Dann können wir die Leiter hier mitbringen. Wie komm ich denn hoch, wenn ich die Leiter abbau? Ja, über die Lore springst du und rechts kriegst du die Lore. Geht das nicht? Ups. Machst du das schon mal. Gerade kurz. Das ist in mir Fall nicht. Ein Eisen, ich hab ein Eisen. Hier ist aber nichts, ne? Das war's. Also, ich kann gleich wieder hochkommen. Also, kann ich nicht, weil ich brauch die Leiter aber. So, ich hab eine Tür. Ah, doch, ich kann mich wieder Tür hochglitschen. So, ich bin wieder oben und ich hab auch die Leiter. Wahrscheinlich nicht so gedacht, oder? Echt? Ich hab die Leiter, ja. Ja, dann, äh... Ja, weil, nee, dann... Ich bin halt schon wieder oben, durch die Tür halt. Aber ich weiß nicht, wenn wir die Tür brauchen. Aber ich weiß nicht, was braucht man eine Tür, Elina. Ich hab noch eine Leiter, ne? Ja, das schaffen wir easy, Elina. Boah, warte. Ich könnte ja hier schon das Boot platzieren. Weißt du? Was ist das Boot eigentlich? Ja. Easy, Elina. Warte. Wo ist das Boot eigentlich? Ich hab das. Ich hab zwei weitere Eisenklumpe. Ja! Wir haben's hochgeschaut. Hier sind drei Redstone. Ich hab ne Redstone-Fackel. Ah ja, kannst ja eins mal ausprobieren. Gut. Passiert. Haben wir das auch geklärt. Wie viele Klumpen haben wir jetzt? Zwei. Du hast zwei? Mhm. Dann haben wir fünf. Das reicht immer noch nicht. Boah, das ist ja so aufwendig, als ob's jetzt das hier war. Ist das Redstone abbauen? Er ist auch irgendwo ein blöder Villager. Ja, ja, ich hör den auch die ganze Zeit. Das ist der Schlosswächter. Ja, direkt ist der hier. Was abbauen mit ihm? Ja, Bedrock mit der Hand. Der ist hier nicht drauf. Moll. Oh nein. Ja. Das klappt safe nicht. Warte, ich versuch ja gerade diese Lurie drauf zu platzieren. Ich hab ne Kiste gefunden. Ich hab ne Kiste gefunden. Hier ist Eisen drin. Eisen. Ist da drunter was? Da ist Eisen drin gewesen. Nee, ne. Ne Kiste. Oh. Okay, dann rein hier. Ein Kohle. Abbauen. Damit haben wir unsere drei Eisen, richtig? Das ist doch ein Wachen, ne? Ja. Okay. Boah, ich dachte, du sagst es nur ein Kotz. Jetzt machen wir damit ne Eisenspitzhacke. Können den restlichen Eisen abbauen. Können damit... Den Eisen. Den Eisen. Können damit was machen, was ich jetzt noch nicht weiß. Aber sicher irgendwas. Fünf Eisen. Was können wir damit machen? Einen Eimer. Einen Kessel. Richter? Einen Trichter. Aber eigentlich reicht ja die... Warte mal, ich hab ne Idee. Die Eisenspitzhacke, damit können wir doch jetzt... Wei, 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 wei. Da ist mir hier. Bupp. Zack. Harte. Boah. Ich weiß das auf Bord. Jetzt hier hoch. Da war nämlich ein Haufen Eisenkram, den man nicht abbauen konnte. Aber ich kann den jetzt abbauen. Ne, Nina, so ein Ding nämlich. So ein Ding ist das. Hast du bekommen? Ich hab eine bekommen, ja. Eisen-Falltür und... Eine Gruppflegeplatte. Okay, nice. Haben wir alles. Dann bauen wir jetzt ab. Jetzt hier runter. Äh... Jetzt kann man ja auch den Ofen auch abbauen. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen anfangen. Ah, stimmt. So, jetzt bauen wir die Werkbank hier ab. Jetzt können wir alles mitnehmen, Edina. Alle Buletten, ey. Alle Buletten. Haben wir hier, okay. Jetzt wieder da... Warte mal. Können wir jetzt... Können wir jetzt vier aktivieren? Ja, wir können Knopf machen. Zwei Gewichtsplatten. Und die Redstone-Faggleroni. So, jetzt hier wieder da hoch. Druf. Bam. Jetzt. Druckplatte eins. Ah! Ja! Hui! Drei Eisen. Wie viele Eisengröben haben wir jetzt? Wir haben eh voll vier Eisen. Ich hab zwei. Aber wir müssen hier hoch. Wir müssen hier hoch. Warte, lass aber alles mitnehmen. Also alles, was geht. Wenn wir das jetzt wieder... Jetzt nehmen wir alles mit. Äh... Leiter, würde ich sagen. Warte, du kannst ja direkt... Na, kannst du direkt hoch? Nee, geht nicht, ne? Into Lore. Die Leiter hat uns heute über das ganze Spiel begleitet. Warte, 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 warte. Ich kann die Leiter mitnehmen. Warte, ich nehme die Leiter mit. Denkst du, das geht sich aus? Oh ja. Ja. Die Lore hat uns hier durch... Äh, die Leiter hat uns hier das ganze Spiel begleitet, ne? Hier ist Blubberwasser. Ja, dann rein, Dardina. Oh, da geht's nicht rein. Oder? Wenn ich dich unterschlage. Yoga, hallo. Werkbank. Eimer. Oh, Mastermind. Schade. Ist der Villager, was tradet der? Tradet nichts. Kann man dem Beruf geben? Okay, wir müssen mit dem Tränen. Ich hab's mal Rakte bekommen. Und Holz. Und Kies. Äh, da können wir einen Bog nachmachen, denke ich, oder? Aua. Nee, wir brauchen Holz. Was macht... Also das Einzige, was jetzt hier Sinn macht, ist ja im Grunde, ähm, ein Feuerresi-Trank, oder? Da oben, Ben, da oben. Da ist ein Knopf. Ah, Bogen, na doch, Bogen, hab ich doch gesagt. Warum hast du da als die Tür? Warte. Also, warte. Äh, haben wir die Werkbank hier noch? Nee, haben wir die da wieder gelassen? Machen wir neben... Ich hab's, ich hab's. Ach so, wollte ich grad sagen. Ja. Ja, nicht da hoch. Ich kann den Knopf drücken. Junge, das ist übelst gecheater, die Lieder, aber egal. Ah, jetzt. Ab durch die Lava. Brauch ich selbst zu treffen. Geh jetzt nach oben. Ich bin auch getroffen. Nach ober, nach ober, nach ober. Geh du lieber nach unten, vielleicht ist unten ja was. Ne? Aber warte, oben sieht's nicht aus. Jetzt ist schon zu spät, Lina. Kann ich buchsen. Ja, ja, oben geht's weiter. Ich hab noch einen Trank der Feuerresistenz. Ah ja, nice, da kann man zumindest... Ah, hier hätten wir Wasser mitnehmen müssen, vielleicht. Ja, toll, perfekte Tür auf jeden Fall, super. Tolle Wurst. Super Ding ist das hier. Das hält ja ewig von dem Pfeil, ne? Kann das sein? Ich hab heute mich ja grad wieder hochbauen, um mich treffen zu lassen, aber wir haben ja inzwischen... Lass mal Wasser da reinfüllen, in die Kessel. Vielleicht bringt das ja was. Jo. Weil ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst machen sollen. Vielleicht ist da eine Redstone-Schaltung dahinter. Oder Wasser, äh, Feuer. Das wird auch Sinn machen, oder? Stimmt. Ah, ich komm jetzt hier nicht mehr hoch. Ah, jetzt was getan. Blocks removed. Hä? Oh, warte. Pass auf, die... Ich weiß, die zu Obsidian wird, ne? Tja. Äh, oh. Wir haben es geschafft. Glückwunsch! Die Kamera ist aus! Ich hoffe sehr, euch hat das Bedrock Prison gefallen. Flankt erwähnen wir den Like-Button und den Abo-Button. Wichtig! Bis morgen, euer Ben Son. Ciao! Ciao! Tschau! Ciao! Ciao!